Herzlich Willkommen zum IG-Stream. Heute Abend noch ein kurzer Blick auf das Technikgebäude und den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz in dem Schacht. Zwischenraum, da geht es vorwärts, wird nach oben betoniert. Der letzte Raum vom Technikgebäude wird vorbereitet für die Decke. Die Verschalung ist schon halb angebracht und die beiden runden Stützen sind hochbetoniert, wie man hier sehen kann. Und hier. Auf der Webcam haben heute bestimmt einige gesehen, dass der Betonlaster vom Nordeingang betoniert hat. Das heißt, da wurden Zwischenwände vergossen. Ansonsten hat gestern Abend Hölscher Wasserbau den Kurt-Georg-Kiesinger-Platz vor dem Beschlag genommen und die Rohre hier entsprechend komplettiert und auf der Baustelle Heilbronner Straße sind große Findlinge zutage gekommen. Der Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.